Und das ist noch was? Jetzt ziehen wir mehr darüber. Ist es wahr oder nur ein Märchen? Märchen oder nicht. Ich habe jemanden gefunden, der dich dorthin bringt. Sie behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Wenn sie bereit ist, an meiner Seite ihr Leben auf der langen Reise aufs Spiel zu setzen, reicht mir ihr Wort. Nessa ist ihr Name. Such sie am Hafen auf, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ich glaube, ich werde vorher erst versuchen, Dings zu räumen. Aber wir können kein weiteres Bündnis jetzt mal machen. Also klar, hier können wir eins machen, aber es ist 190. Es ist 160, klar, nach einer Süd-Axe-Gamme. Ja, ich habe extra noch einen East-Axe im Bündnis geschlossen. Deswegen muss der im Grund. Habe ich erst den East-Axe gemacht. Gut, ich benachrichtige umgehend unsere Verbündeten. Suche Basim auf. Er sollte inzwischen in Kraudene sein. Aber ansonsten bemühen wir uns sehr, das Leben der Menschen dort zu verbessern. Ja, ich habe uns Dauer. Können wir uns nur bei gewaltsamen Anlässen begegnen? So scheint es zu sein. Aber Freunde zu sehen ist in diesen dunklen Zeiten immer ein Lichtblick. Optimistisch wie eh und je, Dauer. Schön, euch beide zu sehen. Ich bringe keine schönen Worte, nur meine Klinge. Mal sehen, was sich als nützlich erweist. Ey, wo du dampfende Schüsse voller Elchpisse. König Oswald sendet beste Grüße. Brodier, Broder. Oder war es genau andersherum? Gott, dein Anblick lässt dein müdes Herz erblühen. Mit Brodier und Broder. Wir können später in Erinnerung wägen. Seid ihr irrenbereit, etwas Blut zu vergießen? Wie hat die vorwechselt, ne? Ja, wir haben ja auch verbillen zusammengekommen. Na, da ist passend. Du bist nicht der Erste, der beim Wachehalten einschläft. Aber sicher der Lauteste. Ich wollte dich nicht enttäuschen, Jarl Gudrum. Es war nur ein kleines Nickerchen. Ich war so müde. Das sind wir alle, Junge. Der Weg hierher war hart. Und trotzdem enttäuschst du mich nie wieder. Verstanden? Mein Jarl, es tut mir... Interessante Ongang. Ich habe viel von dir gehört. Man hält große Stücke auf dich. Wir werden sehen. Er ist zu treffen. Ja, Gudrum. Fluch der Sachsen und Plünderer des Südens. Es ist eine Ehre, dich zu treffen. Du respektierst, wem Respekt gebührt. Gefällt mir. Ich hoffe, du kämpfst so gut, wie du redest. Ava hofft Siegut aus dem Griff der wahnsinnigen Vulke zu retten, die sich in Portcaster verschanzt hat. Wenn du König von Westsexe sein willst, muss Portcaster fallen. Ein Bündnis ist im besten Interesse beider Seiten. Du versprachst ein großes Heer, aber mit dem hier könntest du nicht einmal eine kleine Mauer überwinden. Das sind nicht alle meine Kräfte. Wo ist der Rest? Deine Verbündeten sind auf dem Weg. Nur Geduld. Wir können nicht länger warten. Wir müssen sofort aufbrechen. Mit so wenigen? Bist du so erpicht darauf, nach Valhall zu kommen? Ich sitze nicht herum, während diese Hündin Siegut gefangen hält. Wir könnten im Wald östlich von Portcaster einen Angriff planen. Aber zwischen hier und dort gibt es Speer. Um die kümmere ich mich. Zeig sie mir und ich blende Fulkers Augen. Einer befindet sich zwischen Bricklesworde und Schisskester. Ein anderer nördlich von Krau und Lebe. Ein dritter hält Wache auf den Hügeln südlich von Kraue Däne. Aber Vorsicht. Das sind die, von denen ich weiß. Es könnten mehr sein. Das Risiko gehen wir ein. Ich finde die Speer. Du bringst die Leute bei Portcaster in Stellung. Du setzt viel aufs Spiel, Eivor. Wenn man uns entdeckt, sind wir verwundbar. Wenn du siegen willst, dann jetzt oder nie. Jede vergeudete Stunde könnte Sigurds letzte sein. Ich hoffe, du hältst, was die Gerüchte versprechen. Da ist Dunkel. Ich habe extra sogar mehr Bündnis besorgt. Bevor ich hier reingegangen bin. Ich habe extra noch ein Bündnis geschmiedet. Doch. Bei dir der Speer. Hier vorne wurde angezeigt. Ich glaube, die Wölfe haben wir uns auch mit Schönen. Ist gut jetzt. Aus. Ja, auch noch mal drauf. Krieg ich dann. Regen kann zu tun. Ja, er ist tot. Okay. Ja. Und seine Mörder sind tot. Weiter geht's. Das nächste 6. Das ist natürlich ganz 6. So, wo jemand spielt. Und Speer wachte. Genau, wo was hinten vermutete. Weg mit dir. Weg mit dir. Davon sollte ich was erzählen. Sobald alle Speer tot sind. Ja. Hier steht noch ein bisschen mehr. Ja. Hier steht noch ein bisschen mehr. Was ist das? Geh vor. Ich denke mit dir. Ja, warum denn nicht? Wir werden das auch schaffen. Ja. So geht's aus. Mein Zuversicht hat Blut im Grunde. Ein Anführer sollte nicht an sich zweifeln. Wankelmut hat noch keinem Respekt eingebracht. Ich konnte viele, die forsch sind wie du. Nur wenige von ihnen ballen noch unter uns. Schade für sie. Einer der Späher hatte etwas Interessantes bei sich. Volke weiß, dass Grave Dene gefallen ist. Sie sammelt Vorräte und Männer. Vorbereitung auf eine Belagerung? Wenn es ihr gelingt, sich zu verschanzen, könnte es Monate dauern, bis wir Siegurt befreien können. Und das wäre nicht gut. Meine Eile immer noch übermütig, Gudrun? Sachsen! Sachsen aus dem Westen! Ja, nee. Meine Eile hat unseren Karren direkt in die Scheiße gefahren. Er pisst euch drauf. Wenn wir Spiegel gegeben haben, als wir dachten. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Macht dich kampfbereit. Jetzt verpisst euch. Ich steig euch alle ab. Stör. Und du auch. Und du. Gott verfluche euch. Scheiß Sachsen. Stör. Dir steche ich auch, mein Sperrenling. Prost. Und dir. Und dir. Und ich tötte dich auch. Ja, finde ich gut so. Sollten gleich wieder gehen. Lauft euch schnell weg. Auch du, Fettklops. Ja, für Odin tötet jetzt diesen Fettklops. Ne, meint mir, ob die Fresse hauen sollen müssen. Baue ich jetzt zurück. Hör du. Minion dazwischen. Und jetzt du. Verwück dich mit deiner Beule. Ah. Gib doch selber auf. Du nach. What? Was? Was? Du stürkst da auch noch. Und du. Und du da hin. Bleib doch selbst. Ah, in der Welt beide leiden. Der scheiß Scharmützler. Tag, Nummer eins. Nummer zwei. Da. Tritt dir im Unsichtbaren etwas in die Fresse. Bis diese dämlichen Pflanz, wenn er hier noch mit seinem scheiß Metallschild so tot. Was willst du? Mit dem dämlichen Schild. Du sitzt aufhören zu blocken. Oh, übertreib halt. Oh, übertreib halt. Was brauchst du blocken? Arschgeiger. Stirb. Ja, bist klar? Okay. Blünden, blünden, blünden. Das Essen hab ich gebraucht. Zack, weg mit dir. Lauft ruhig weg. Weg mit euch. Weg. Weg. Ja, pissig. Zack. Und weg mit dir. Ja. So. Er ist tot? Wer bist du denn? Frötenmann. Zurückfallen, verdammt. Nach Portcaster. Hör auf, verpisst euch. Wir haben. Und wir jagen sie wie Hunde. Dieses Arschgesicht gehört mir. Nicht, wenn ich schneller bin, Lamarsch. Lasst ihn. Der Sieg ist schon unser. Mann. Du blöde Arschgeiger. Du blöde Arschgeiger. Ja, für meinen Bruder. Und jetzt hör auf, mir endlich in die Fresse zu schlagen. Nervst. Schau mal, hier hab ich schon einen Männer eingeklaut. Das esse ich jetzt. Und jetzt. Stirb. Weg mit dir. Ich. Nichts als der Tod und die Beine. Weg mit dir. Ich leh ich jetzt etwas. Er ist tot. Er hat Brudio zu bringen. Du bist verwundet, Bruder. Lass mich deinen Bruder ins Lager tragen. Das ist nicht alles für Opfer, wenn. Nur für den Krieger. Er war immer schneller als wir uns antun. Das ist ja früher tot. Muss ich ihn doch mal ausreden. Nur die glorreiche Schlacht. Und das ewige Festmahl. Hm. Und das ewige Festmahl. Okay. Okay. Du hast keine Vorstellung von meinem Zorn. Wie viele meiner Männer liegen tot da, dank dieser Ruhmsucht. Tja, an die Schürter, Mann. Und zu spät, um unsere Klängen in Blut zu tauchen. Schade. Ich hatte gehofft, Podcaster mit dir hier einzunehmen. Aber Fulke ist vorgewarnt. Mir ist der Appetit vergangen. Ich gehe gegen Westen. Dann geh. Aber wisse, ich hätte dich gebraucht. Was du brauchst, Rabenlehrerin, ist Demut. Höre auf klügere Köpfe als deinen eigenen, Evo. Das spricht doch. Das ist ja nicht gut rum, Fluch der Sachsen. Wenn du etwas kundtun willst. Du willst deinen Jahr zurück? Dann musst du so kalt wie Frost sein. Mut ist so oft ein Feind, wie er dein Freund ist. Wir werfen uns nicht in aussichtslose Fäden. Wir kommen ohne Vorwarnung und schlagen zu. Versammle deine Verbündeten. Wähle den Zeitpunkt. Dann und nur dann bezwingst du sie. Ach, das werde ich. Geh mit Odins Weisheit, Thors Macht und Freyas Geist. Geh und finde deinen Bruder. Gudrun sprach voller Zorn. Aber was er sagte, wirkt weisheitlich. Hm. Das stimmt wohl. Ich bin nicht so stolz, mir meine Fehler einzugestehen. Dann ist auch Weisheit in dir, Evo. Wir warten auf unsere Verbündeten, bevor wir angreifen. Bis dahin müssen wir uns vorbereiten. Zunächst brauchen wir ein neues Lager. Sie werden denken, wir ziehen uns zurück. Aber wir kommen noch näher. Hier. Oh, gut. Da kann man es auch sehen. Mhm. Ich brauche deinen Axtarm in Guldeford. Soma, du und deine Männer helfen mir in Grauern Leer. Verlass dich auf uns. Ich gehe nach Brickleswort und mache mir ein Bild von der Lage. Gut, ich stoße zu dir, sobald das sächsische Lager erledigt ist. Das Herz eines Löwen und die List einer Krähe. Gudrun hat sich in dir getäuscht. Wir haben einen Plan. Vollenden wir ihn. Warte, nichts. Würde fort. Über, verzeichen. Ich hätte euch gerne ein angemesseneres Willkommen nach der langen Reise bereitet. Weiß abgeschlossen. Recher ist südens. Treibe ist südens. Zwei Fertigkeitspunkte. Zwei Fertigkeits Zwei Fertigkeits Zwei Fertigkeits Vielen Dank.